Seid gegrüßt, ich habe heute Sebastian Flack zu Gast. Er ist auch ein YouTuber, etwas größer als ich. Und mit ihm rede ich heute darüber, was sich in Deutschland politisch ändern müsste. Erstmal, wie hast du dich denn angefangen, für Politik zu interessieren? Vielen Dank für die Einladung und für die Zeit. Ich habe mich, seitdem ich bei der Bundeswehr war, eigentlich für Politik interessiert. Also ich war damals, musste noch zur Bundeswehr als deutscher Soldat in Afghanistan auch. Und habe dort, ich war dort zweimal und habe dort viele Sachen gesehen, die auf den Faktor soziale Gerechtigkeit hinauslaufen. Und ich habe mich damals schon gefragt, okay, warum ist das so auf der Welt? Und da würde ich sagen, so ursprünglich kam mein Interesse für Politik, für Gesellschaft her, für Dinge, die einfach auf der Welt ablaufen. Genau, ganz grob gesagt, ja. Also als du in Afghanistan warst, hast du dich dafür interessiert, wieso die Menschen in dem Land da so arm sind? Ja, erst mal nicht. Also ich war dort ziemlich naiv, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und hatte dann bei der Bundeswehr verlängert und habe dort ein Stück weit halt mitbekommen, wie die Menschen leben. Und Afghanistan ist ja nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt. Und ich war trotzdem irgendwie fasziniert davon, warum die trotzdem, zum Beispiel, warum ich das Gefühl habe, die Leute dort sind sehr viel glücklicher als in Deutschland. Und dann habe ich irgendwie, ja, versucht, Sachen zu hinterfragen. Warum ist die Bundeswehr da? Was machen wir dort überhaupt aktiv? Warum sind die Menschen so glücklich und trotzdem so bettelarm? Und habe mich so gesehen immer mehr für, ja, gesellschaftliche Themen, die Wirkungsweisen und Zusammenhänge interessiert. Und natürlich auch für die Kultur. Wie würdest du es denn heute sehen mit Afghanistan? Würdest du da heute noch mal hingehen? Ich würde sicher noch mal hingehen als, ja, weiß ich nicht, Urlaub wird schwierig. Tourist. Als Tourist, ja. Also es ist natürlich jetzt nicht mehr so einfach, weil die Taliban hat ja das Ruder wieder übernommen. Man könnte sagen, 20 Jahre, tja, was haben wir 20 Jahre dort gemacht eigentlich? Aber es ist so gesehen, es ist ein schönes Land. Es ist natürlich extrem warm, aber es gibt sehr krasse Berge, Gebirgspässe. Und die Landschaft kann auch sehr schön sein. Und die allermeisten Menschen sind auch einfach ganz normale Leute dort. Und ziemlich, ja, also ich habe dort sehr nette Menschen auch kennengelernt, die, so wie wir alle, einfach nur ein gutes Leben wollten. Und ich würde wieder hin, aber ich würde niemandem empfehlen, als Soldat vielleicht dort hinzugehen. Weil ich ja hoffe, dass wir das irgendwann mal überwinden und in keine Länder dieser Welt mehr irgendwelche Soldaten schicken müssen. Also du würdest jetzt rückblickend sagen, dass Auslandseinsätze grundsätzlich nicht mehr stattfinden sollten? Ja, das grundsätzlich, man kann es nicht komplett ausschließen. Aber ich würde schon sagen, man sollte sehr viel zurückhaltender damit sein und wirklich gucken, wohin schickt man die Bundeswehr zum Beispiel, mit welchem Auftrag, was steckt da alles dahinter und was hat das für einen Sinn dort, was die Bundeswehr gemacht hat. Klar, die Bundeswehr an sich hat dort auch gute Sachen gemacht. Die haben Brunnen gebaut, die haben Schulen gebaut. Aber am Ende, wenn man jetzt mal sich die Zahlen anschaut, wir waren 20 Jahre, also wir in Anführungsstrichen natürlich auch andere Streitkräfte, die ganz viele NATO-Staaten waren ja auch dabei. Es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Wir haben unendlich viel Geld verbrannt. Und wir haben eine bewaffnete Taliban, die jetzt die Rüstungsgüter der USA in den Händen hat. Und für die Menschen an sich, ich glaube nicht, dass es jetzt freier ist. Vielleicht war es eine Zeit lang freier, aber jetzt ist es definitiv nicht mehr freier. Aber trotzdem, das ist so diese Frage, die grundsätzliche Frage, die du ja stellst. Gehen wir mit unseren Moralvorstellungen in andere Länder aktiv rein und sorgen dort für Frieden und Demokratie und transportieren wir unser Bild? Weißt du? Für Frieden haben wir da ja nicht mehr gesorgt. Also so blöd das jetzt klingt, unter den Taliban, bevor der Westen da einmarschiert ist, herrschte ja ein paar Jahre lang Frieden, nachdem es in den 90er und 80er Jahren schon lange Bürgerkriege gegeben hatte. Also Freiheit, ja, vielleicht kann man sagen, weißt du besser, du warst da, aber Frieden kann man schon mal sagen, hat der Westen auf jeden Fall nicht gebracht. Und auch jetzt, wo Afghanistan quasi gefallen ist, herrscht dort wieder Frieden. Also Frieden unter vor allem elendigen wirtschaftlichen Bedingungen, was auch an den neuen Sanktionen liegt, die jetzt erlassen wurden, beziehungsweise an dem Diebstahl der afghanischen Devisenreserven. Also als der Westen abgezogen ist, haben sich vor allem die USA diese Devisenreserven nämlich unter den Nagel gerissen, weshalb Afghanistan jetzt nicht ausreichend Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt kaufen kann. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie definiert man Frieden? Natürlich hat die Taliban jetzt, sag ich mal, wieder die Kontrolle und es herrscht so gesehen Frieden im Sinne von, dass einfach eine Gruppe jetzt wieder die Kontrolle hat. Ja, aber es gibt natürlich auch keine Anschläge mehr, weil die allermeisten Soldaten ja raus sind. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Hilfskräfte, die dort sind. Aber so gesehen ist es natürlich, könnte man sagen, jetzt friedlicher, aber der ganze, sag ich mal, Einsatz dort im Sinne von, ich weiß damals noch, Peter Struck, wirst du kennen vom Namen, SPD-Mitglied, ist ja nicht mehr unter uns. Der hat ja mal gesagt, die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Und das sehe ich mittlerweile natürlich auch ein bisschen anders. Naja, aber als du dann in Deutschland warst, was hast du dann hier als größte Probleme ausgemacht? Nach der Bundeswehrzeit? Ja, ja, ja. Also da erstmal noch gar nicht so viel wie heute. Ich habe natürlich, mein Interesse war viel, viel mehr geweckt, sich mit Politik zu beschäftigen. Ich habe durch das Studium sehr schnell mich mit Sozialpolitik beschäftigt, mit der Frage der Ungleichheit, ja, der allein durch die Vermögensverteilung in Deutschland. Also das war auf jeden Fall ein großes Thema, auf das ich dann sehr schnell gestoßen bin. Aber auch so Sachen, die mir sehr schnell im Bildungssystem aufgefallen sind, dass unser Bildungssystem sehr stark, ja, sehr stark so ist, dass man Sachen auswendig lernt, sie dann, du kennst das, Bulimie lernen, das Wort, anstatt wirklich Sachen zu durchdringen und zu schauen, wo hat denn jedes Kind seine Potenziale und diese vielleicht zu fördern, als irgendwie starr so ein Gerüst zu haben, das musst du dann können, auch wenn du es nie wieder brauchst. Also das sind schon so zwei Hauptfaktoren, die mich dann relativ schnell interessiert haben und bis heute auch ein Stück weit interessieren. Und die Frage nach der, die soziale Frage, die Gerechtigkeitsfrage ist ja nicht gelöst. Und die Frage im Bildungssystem, haben wir, kriegen wir ein anderes, die ist ja auch nicht gelöst. Und das sind schon so zwei Schwerpunkte. Da kommen wir jetzt zur sozialen Frage, die hat sich ja in den letzten zwei Jahren ja massiv verschärft. Also wir haben ja gesehen, dass die Löhne in Deutschland lange Zeit stagniert haben seit der Agenda 2010, dann wieder leicht gestiegen sind, aber durch den aktuellen Preisschock sehen wir den größten Reallohnverlust seit Jahrzehnten. Also wie nimmst du die Debatte dazu wahr? Die Debatte ist eine Katastrophe. Also wir haben, seitdem ich wirklich mich mit Politik beschäftige und denken kann, hört man ja immer faire Löhne für faire Arbeit. Wir brauchen mehr Gerechtigkeit. Wir müssen, die Armut müssen wir bekämpfen. Und ich frage mich immer, wann wird denn da mal grundsätzlich mit angefangen? Und die Diskussionskultur dreht sich eigentlich ein Stück weit nur darum, ob jetzt gefühlt der Mindestlohn 30 Cent nach oben geht oder 40 Cent nach oben geht. Aber die grundsätzliche, die systemische Frage, warum kriegen wir es denn nicht hin, eine Armut zum Beispiel abzuschaffen? Warum kriegen wir es denn nicht hin, dass Leute Vollzeit arbeiten gehen und trotzdem nicht von ihrem Lohn wirklich richtig leben können? Sie können vielleicht überleben, aber sie können sich nicht großartig was aufbauen und sagen, ey, jetzt habe ich mal ein bisschen zumindest finanzielle Sicherheit. Deshalb, Debattenkultur ist eine Katastrophe. Letzter Bundestagswahlkampf, Beispiel SPD stellt sich ja noch hin. Mehr Respekt für dich. Und es sind im Prinzip für mich politische Nebelkerzen, weil man die wahren Probleme nicht anspricht. Also beim Mindestlohn, da sieht man das sehr schön, damit hat die SPD ja hauptsächlich Wahlkampf gemacht. Das war ja ihr einziges großes soziales Wahlversprechen, was sie jetzt auch wirklich umgesetzt hat. Da haben die Gewerkschaften angesichts der jetzigen Preissteigerung ja gefordert, dass der Mindestlohn auf 14 Euro erhöht wird. Damals sogar. Und wer hat das verhindert? Ja, die haben das auch jetzt gefordert und die sitzen ja mit in der Mindestlohnkommission. Und wer hat das verhindert? Eine SPD-Politikerin namens Christiane Schönefeld, die in der Mindestlohnkommission sitzt. Das heißt, die SPD hat jetzt quasi hinterrücks dieses Wahlversprechen de facto wieder einkassiert. Das wusste ich auch nicht. Hat keiner mitbekommen anscheinend. Ein paar kleine linke Zeitungen wie Jacobin oder so haben darüber berichtet. Also auch das kommt in der Debatte überhaupt nicht an. Es wird nur berichtet, ja, Mindestlohn soll erhöht werden, so und so hoch. Aber welche Entscheidungsprozesse da gelaufen sind, wer da was gemacht hat und wer was gefordert hat, das wird überhaupt nicht berichtet. Also ich glaube auch, dass sich viele Journalisten dafür nicht interessieren. Ja, entweder interessieren sie mich nicht dafür oder sie haben keine Zeit oder sie wollen es schlicht auch nicht, diese Fragen stellen. Weil wenn du diese Fragen stellst, dann kommst du nämlich ganz, ganz schnell auch mal ein bisschen an die Ursache ran. So, weil nehmen wir den Mindestlohn. Wir haben einen Lohn, der ist jetzt bei 12 Euro. Da hast du, wenn du Vollzeit arbeitest, 1400 Euro netto, glaube ich, raus. So, ungefähr, wenn du Vollzeit arbeitest. So, dann gehst du, du hast die Wohnkosten, die immer mehr steigen, die Energiekosten, die Lebensmittelpreise. Nehmen wir aber noch GEZ als indirekte Steuer dazu. Da bleibt nicht viel übrig. So, und grundsätzlich ist der Mindestlohn ja ein vernünftiges Instrument. Aber er müsste so hoch sein, dass du erstens nicht in Altersarmut landest und zweitens, dass du dir zumindestens jeden Monat ein bisschen was ansparen kannst und auch ein Stück weit, ja, dir nicht denkst, warum gehe ich denn arbeiten? Da kann ich ja gleich ALG 2 bekommen und da habe ich im Endeffekt genauso viel. Und das ist ja das Gefühl und die realen Zahlen geben es ja auch her, dass bei den Menschen ankommt. Und da haben wir ein massives Problem und da wird nicht rangegangen. Meine weitere Zeit, die Kinderarmut, die hat sich in den letzten zwei Jahren auch extrem erhöht. Die ist ja jahrelang um die 20 Prozent geschwankt. Also man hat gesehen, wie sich die Armut unter Rentnern durchgängig erhöht hat. Die war früher sehr niedrig. Durch die Rentenreform Gerhard Schröders ist sie dann immer weiter angestiegen. Aber die Kinderarmut, die ist konstant bei ungefähr 20 Prozent geblieben. Und die ist letztes Jahr, also jetzt Zahl von Kindern, die von Armut und sozialer Ausgrenzung, so ist der korrekt statistische Begriff, bedroht sind, liegt jetzt bei 24 Prozent. Also auch die ist stark gestiegen. Also wir sehen jetzt, dass jetzt fast ein Viertel der Bevölkerung mittlerweile, also ein Viertel der Kinder mittlerweile arm ist. Also das ist eine Entwicklung, die mit den aktuellen Preissteigerungen zu tun hat. Genau, auf jeden Fall. Definitiv. Da hat sich nochmal was verschärmt. Und es ist so schon schlimm, dass jedes fünfte Kind in Armut war, wo man ja weiß, was Armut für Folgen hat, für die Familie, für die Entwicklung, für die gesellschaftliche Teilhabe, aber auch für den eigenen Selbstwert. Und jetzt wird ja wieder, es ist wieder die nächste Nebelkerze, Kindergrundsicherung. So, jetzt wird darüber gestritten, ja, wie viel, jetzt machen wir eine Kindergrundsicherung. Wie viel packen wir da jetzt rein? Zwei Milliarden, vier Milliarden, acht Milliarden. Aber es löst ja nicht, es wird nicht das Problem lösen der Armut. Das Ziel sollte viel mehr sein, wie schaffe ich anständige Löhne, von denen die Leute auch leben können. Und wie mache ich auch, gestalte ich einen gewissen Ansporn auch zu arbeiten und rauszukommen und die Leute in gute Jobs, vernünftige Jobs zu vermitteln. Da kann ich nochmal fünf Milliarden reinschütten und das Kindergrundsicherung nennen und habe wieder die nächste Nebelkerze. Aber es behebt ja das Problem nicht. In NRW hat, ich weiß nicht, Hannelore Kraft, sagt ihr was? Ja, ja. So, war ja mal großes Wahlkampfthema im Landtagswahlkampf hier. Kein Kind zurücklassen. So, ne, aber da ist auch die Kinderarmut gestiegen, ne, und, ähm, also, da hängt ja so, so viel dran, wo Kinder einfach die notwendigsten Sachen, und sei es nur das Pausenbrot, das Frühstücksbrot, wo die Eltern sich auch vielleicht nichts Gesundes leisten können, da hängt ja so viel dran und das leisten wir uns in Deutschland, weil wir, weil wir eben nicht die, die, die Verteilungsfrage stellen, weil wir nicht die Frage stellen, ja Mensch, wie viel müsste man denn verdienen, um einigermaßen vernünftig zu leben? So, das, oder wie, wie bekämpfen wir denn wirklich mal Armut? Wir sind in einem der reichsten Länder dieses fucking Planeten und wir haben 16 Millionen Menschen, glaube ich, ist der neueste Bericht vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, Armutsbericht, die, die armutsgefährdet sind oder schon in Armut leben. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist verrückt. Ja, ja, also, vor allem müsste man niedrige Löhne anheben und für Vollbeschäftigung sorgen. Also, zwei Sachen, die die Bundesrepublik ja jahrzehntelang gut hinbekommen hat. Man sieht so ab den 80er Jahren, dass diese Lücke zwischen Löhnen und Produktivitätsentwicklung immer stärker auseinander geht und dass das vor allem bei den niedrigen Löhnen der Fall ist. Also, die hohen Löhne, die sind weiter gestiegen, aber die Löhne der unteren 10, 20 Prozent, die sind fast überhaupt nicht gestiegen seit 1990. Und das ist schon, ja, relativ auffällig. Vor allem, da viele Betriebe ja jetzt über angeblichen Arbeitskräftemangel klagen, denen es, wenn man sich die Daten mal anschaut, nicht gibt, da die Zahl an Arbeitslosen ungefähr dreimal so hoch ist wie die Zahl an offiziell gemeldeten offenen Stellen. Aber, ja, wenn es diesen Arbeitskräftemangel gäbe, dann würden ja vor allem die Löhne in Mangelberufen beziehungsweise in Berufen, wo die Löhne bisher relativ niedrig waren, dann würden die ja deutlich ansteigen. Aber das sieht man nicht. Ja, und das ist ja auch das Verrückte. Ich habe heute witzigerweise erst bei Instagram mit der Bundesagentur für Arbeit kurz geschrieben, weil ich mir so, weil ich so die Frage gestellt habe, da war irgendwas, dass Leute im Hotelgewerbe gesucht werden, in der Gastronomie, wo auch immer. Und es ist doch unfassbar, dass wir händeringend ja Leute suchen, aber trotzdem zwei bis drei Millionen Menschen im Sozialsystem parken und die nicht vermittelt und vernünftig ausgebildet bekommen und gleichzeitig noch vernünftige Löhne zahlen. Das ist ein Unding für mich. Und das ist auch so ein Punkt, das leisten wir uns einfach. So als Staat. Und da wird auch keine, da wird dann umgedoktert. Hat man ja jetzt auch wieder nächste Nebelkerze. Hartz IV heißt ja jetzt nicht mehr Hartz IV, sondern Bürgergeld. So, klingt viel besser. Die SPD ist diesen leidigen Begriff los. Man sagt, jetzt funktioniert alles viel, viel besser. Aber am Ende ist es eine Nebelkerze. Ja, ja, also der Hartz-IV-Satz wurde nur inflationsangepasst. Das war tatsächlich schon bei Bürgergeld. Das ist die große Reform. Genau. Und man hat ein bisschen, das Schonvermögen ist, glaube ich, ein bisschen hochgegangen. Vor allem die Zuverdienstgrenze, die hat man, also das ist der relevanteste, die relevanteste Auswirkung, die das dann in der Realität haben dürfte. Aber sonst hat man eigentlich nicht viel verändert an Hartz IV. Ja, aber man stellt sich hin und das ist ja das, weil du vorhin, wie nehme ich, so auch die Debatte war. Man stellt sich so hin als so große Errungenschaft, aber es ist im Endeffekt keine Errungenschaft, aber es wird so verkauft wie eine große Errungenschaft. Ja, und in den Medien wird das nicht kritisch rezipiert oder irgendwie diskutiert, sondern ja, es wird so wie bei so einem Pferderennen geguckt, welcher Politiker hat sich dann ja jetzt wie durchgesetzt. Also es wird über einzelne Politiker berichtet und nicht über das Thema, nicht analytisch rangegangen, was ich gerade mit dem Mindestlohn erzählt hatte. Wer ist da wirklich für welche Entscheidung verantwortlich? Ja. Sondern so eine Meldung, die kommt einfach kurz und dann wird so ein monatelanger Streit zwischen Finanzminister und Familienministerin jetzt um die Kindergrundsicherung ausgetragen, ohne dass das real eine große Auswirkung hat. Also bisher ist noch gar kein Geld für die Kindergrundsicherung da, aber sechs Milliarden Euro sind für Steuersenkung vor allem für Unternehmen da. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das Wachstumschancen-Gesetz, was eigentlich auch schon lächerlich ist, erst mal, weil es an die Falschen geht. Wir brauchen nicht noch weitere Steuersenkungen für Unternehmen und zweitens für sechs Milliarden fast nichts am deutschen Wachstum ändern werden. Angesichts der Rezession, in der wir uns gerade befinden, ist das jetzt, ja, nicht gerade die beste Wirtschaftspolitik. Nee, habe ich noch gar nicht. Das Letzte, wo ich gerade hängen geblieben war, war Kindergrundsicherung, was ich ein bisschen mitbekommen habe. Aber das ist ja auch das Ding. Es sind so viele Themen und du hast das Gefühl, es wird immer nur, wie du schon sagst, auf so einer Symptomebene herumgedoktert, aber es wird wirklich nicht analytisch mal an die Sache rangegangen. Und das Ziel sollte ja sein, wie schaffen wir Vollbeschäftigung, wie schaffen wir Armut ab, dass wir einen Minimalwohlstand haben, wo jetzt nicht die Leute, weiß ich nicht, am Hungertod nagen fast schon und sich nichts leisten können. Also das sind ja die relevanten Fragen, aber die werden nicht gestellt. Ja, vor allem die Politik will das nicht. Also das ist ja mit der Agenda 2010 ganz klar vorangetrieben worden. Man hat absichtlich Armut erzeugt, man hat absichtlich die Löhne gesenkt, um eben Wettbewerbsvorteile in der europäischen Konkurrenz zu haben. Und anstatt, dass das von den Medien mal kritisiert und analysiert wird, wie gesagt, wird nur oberflächlich berichtet. Es wird nichts tiefergehend mal auseinandergenommen, es wird nichts tiefergehend untersucht. Also man hätte diese Lohnentwicklung, in welcher Zeitung hast du das mal gesehen, wo diese ganz klaren Grafiken, dass die niedrigen Löhne fast überhaupt nicht gestiegen sind seit 1990. Also wir würden wahrscheinlich, wenn wir jetzt googeln würden, würden wir natürlich auch was finden. Aber wenn wir von den Medien reden, dann meinen wir natürlich immer die breite Masse. Das ist ja klar. Weil natürlich gibt es auch, es gibt sehr gute Dokus zum Beispiel auf Arte, die auch wirklich sehr in die Tiefe gehen. Aber das ist eine Randerscheinung leider. Ich spreche jetzt von der Tagesschau, vom Spiegel, von jeder Tageszeitung, die du dir in Deutschland was kaufen kannst. Also na klar kann das DIW was publizieren und dann nehmen ein paar kleine Zeitungen oder vielleicht Arte oder Dreisat das noch auf, aber das war es dann schon. Und vielleicht in den freien Medien gibt es jetzt etwas mehr Berichterstattung. Die sind ja in den letzten drei Jahren auch enorm größer geworden. Aber wo sieht man das mal im Spiegel? In der Süddeutschen, in der FAZ? Ja, zu wenig wahrscheinlich, zu wenig. Oder halt auch die, also das ist ja auch schon so ein Grundproblem, wenn einer jetzt denkt, ja gut, aber es gibt doch immer die Talkshows bei Anne Will und so. Aber auch da wird ja nicht in die Tiefe gegangen. Ich erinnere mich da noch, wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, Heiner Flassbeck, der ja selber früher, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so, auch mal in diesen Talkshows war und der irgendwann gesagt hat, ey, da sitzen fünf Leute, wir haben eine Stunde Zeit, zwischendrin quakt die Moderatorin oder der Moderator rein und man kommt überhaupt nicht auf diese wirklich tiefe Ebene, um mal die Leute auch mitzunehmen gedanklich und Zusammenhänge zu erklären, damit die es auch mal verstehen und dass man so ein bisschen auch an die Wurzel mal rankommt. Das ist ja auch so ein Problem in den Medien. Und man könnte die Talkshows ja durchaus so gestalten, dass dann ein Erkenntnisgewinn zustande kommt, nämlich indem man einfach zwei Experten, also nicht Politiker, sondern Experten oder Politiker, die wirklich sich mit dem Thema ausgehen, miteinander debattieren lässt und dann nicht eine Stunde, sondern drei Stunden lang. Ja. Wirklich nur über eine Frage. Ja. Der erfolgreichste Podcast weltweit ist Joe Rogan. Der geht teilweise vier Stunden, labert der da mit irgendwelchen Leuten. Und die Leute gucken es, weil es einfach interessant ist und weil man in die Tiefe geht. Und das würde hier auch gehen. Und teilweise, zum Beispiel, wenn man sich Lanz und Precht anguckt, die sitzen ja zumindest zu zweit schon mal eine Stunde da. Da merkt man schon so ein bisschen, das funktioniert auch. Aber du hast recht, genau sowas. Nimm den, keine Ahnung, nimm den Chef der Arbeitgeberverbände und nimm den Chef der Bundesagentur für Arbeit. Setz die drei Stunden hin mit Anne Will und dann sollen die mal sagen, warum das nicht funktioniert, das werden die Leute vernünftig vermittelt bekommen. Die würde, also ich würde eine andere Moderatorin wählen. Okay, dann machst du die Moderation. Oder Gewerkschaftsvertreter oder Gewerkschaftsökonomen. Ja, aber das ist ja auch schon in der Politik angelegt, dass alles nur oberflächlich betrachtet wird. Also man sieht das ja in diesem schönen Namen, Wachstumschancengesetz, also diese etwas mehr als 6 Milliarden an Steuersenkungen. Also das ist lächerlich. Das hat keinen großen Einfluss aus Wachstum. Und dass man der Bevölkerung auch noch solche widerlichen Euphemismen unterjubeln muss, anstatt dem irgendeinen technischen Namen zu geben oder irgendwas. Man muss auch nur gleich sagen, wo für dieses Gesetz da ist, was dann meistens gar nicht stimmt. Also so, als ob die Bevölkerung aus kleinen Kindern bestünde, die sich nicht genau angucken kann, was da drin steht. Ja, aber das sind dann diese psychologischen Tricks, auch so Mietpreisbremse, so die wirklich, wo man halt versucht, bestimmte Sachen so positiv zu konnotieren und denen so ein gewissen, so was zu vermitteln. Jetzt machen wir endlich was für euch. So, das ist halt, aber ich weiß nicht. Das ist mit Gesetzen ja nochmal krasser. Gregor Gysi hat mal was Schönes gesagt. Eigentlich müsste es ein Gesetz geben, das besagt, dass jedes neue Gesetz dem Bürger ganz einfach auf einer Seite, auf einer A4-Seite erklärt wird, was das für ihn bedeutet. Fand ich eine sehr schöne Idee. Sollte man aufnehmen, falls mal eine neue Partei aufkommt. Ja, ja, und wo wir schon bei neuer Partei sind. Es gibt ja im Moment quasi für die Dinge, die wir gerade skizziert haben, eine gewisse Leerstelle im Parteiensystem. Also für eine Politik, die wirklich für Vollbeschäftigung steht, für eine Außenpolitik, die Frieden sichert und die nicht immer neue Kriege anfängt. Und ja, für eine Wirtschaftspolitik, die auch dafür sorgt, dass die soziale Ungleichheit, die wir in Deutschland haben, wieder zurückgeht. Und auch, die grundsätzlich proeuropäisch ist. Also jetzt nicht auf deutschen Nationalismus setzt, sondern die dafür sorgt, dass das vereinte Europa endlich demokratisiert wird. Dass die EU in ihrer derzeitigen Form demokratisiert wird. Also ich meine, das ist ja das große Problem. Man hat eine wirtschaftliche Union geschaffen. Mit dem Euro ist das jetzt auch ein bisschen schief gegangen. Also das war eine Fehlkonstruktion. Aber vorher war diese wirtschaftliche Vereinigung von Europa ja ein großer Erfolg. Und da hat man es halt versäumt, oder man hat es zumindest nicht gemacht, dass demokratische Strukturen aufgebaut wurden. Also die EU-Kommission, die wird in einem wirklich albernen Prozess ausgekummelt. Man könnte den EU-Kommissionspräsident direkt wählen lassen. Und da sind wir schon bei einem ganz interessanten Punkt. Also wen säest du denn als Politiker? Welche Politiker säest du, die so ein Programm vorantreiben könnten? Also es gibt erst mal programmatisch sehr viele Punkte. Du hast jetzt mehrere angesprochen. Ich will es nochmal für mich kurz greifen. Der Punkt viel mehr direktere Demokratie. Also sowohl auf Landes-, auf Bundes- als auch auf EU-Ebene ist mit Sicherheit etwas, was in so einer neuen Partei ein relevanter Punkt sein muss. Das Thema Friedenspolitik bei aller Unterstützung für die Ukraine. Ich bin auch dafür, dass man die Ukraine unterstützt. Aber der Faktor der Diplomatie und der Gesprächsangebote und der Ausrichtung der EU kommt mir einfach viel, viel, viel zu kurz. Die EU sollte ein neutraler Pol sein in der sich neu formierenden Welt und möglichst gute Beziehungen zu möglichst allen pflegen und sich möglichst von niemandem abhängig machen. Das wäre, glaube ich, auch ein relevanter Punkt. Grundsätzlich das Thema Politikverdrossenheit. Die Menschen sind so satt. Du hast ja eben gesagt, eine Repräsentationslücke. Ich nehme das ja auch wahr. Ich habe so das Gefühl, es gibt einfach so viele Menschen, die sehnen sich einfach nach einer Politik der Vernunft, der Ehrlichkeit, der Menschlichkeit, des Rationalen und des wirkliches, des Problemlösens. Und das fehlt so dermaßen, dass ich hoffe, es tut sich was. Ich hoffe, es tut sich was. Und hoffentlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Weil der Grundgedanke der EU ist super. Zusammenarbeit möglichst friedlich in der kulturellen Unterschiedlichkeit und im Hinblick auf alle anderen Nationen auf der Welt und im Sinne des wirtschaftlichen Austausches, ohne dabei hier die Löhne zu drücken, damit man nach Griechenland immer schön weiterverkaufen kann, sondern als Solidarmodell EU-weit am besten. Deswegen, was würdest du zum Euro sagen? Sollten wir den abschaffen oder reformieren? Reformieren. Denn eigentlich, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ist das eine Fehlkonstruktion. Man kann nicht in einer Währungsunion unterschiedliche Lohn-Stückkostenentwicklungen haben, weil es dann eben zu Ungleichgewichten zwischen den Ländern kommt. Also du hast es gerade angesprochen, unsere hohen Exportüberschüsse nach Südeuropa sind eben kein Zeichen von Gesundheit, sondern eines von Krankheit, und zwar der gesamten Eurozone. Die haben zur Euro-Schuldenkrise geführt und die Eurozone hat das Problem nur in der Gestalt gelöst, sage ich jetzt mal, dass sie diese Leistungsbilanzüberschüsse an den Rest der Welt abgeschoben hat. Also mittlerweile macht die gesamte Eurozone Leistungsbilanzüberschüsse. Das heißt, Entwicklungsländer auf der anderen Seite der Welt verschulden sich, damit wir hier sagen können, wir sind toll, wir halten die Maastricht-Kriterien ein. Also das ist keine vernünftige Politik. Aber kommen wir jetzt mal zu einer Partei, die das lösen konnte. Du hast mir da nämlich ein interessantes Manifest, sage ich mal, einen interessanten Aufruf von Georg Theis zugesendet. Für einen solidarischen Aufbruch in Deutschland und konsequente Friedenspolitik. Aufruf zur Gründung einer neuen Linken mit Sarah Wagenknecht an der Spitze von Partei und Fraktion. Und den werden wir auch im angepündeten Kommentar verlinken. Die Punkte, die da drinstehen, die sind sehr gut. Also wie gesagt, Friedenspolitik, Politik, die für Vollbeschäftigung sorgt, eine Anhebung des Mindestlohnes auf 15 Euro. Also das sind nur einige Punkte. Es soll auch ein grundsätzliches Recht auf Teilzeit bei 25 Arbeitsstunden und ein Rückkehrrecht auf Vollzeit geben. Also ganz viele soziale Forderungen, die ihr euch gerne durchlesen könnt. Und ja, was ist davon zu halten? Und wieso meinst du, wird hier Sarah Wagenknecht so in exponierte Stellung gehoben? Also ich persönlich, ich habe den Artikel auch nur geschickt bekommen. Ich kannte diesen Georg Theis nicht. Ich fand aber auch einige Punkte darauf, fand ich sehr, sehr gut. Ja, warum wird sie in Stellung gehoben oder in Stellung gebracht? Oder vielleicht bringt sie sich selber in Stellung. Ich glaube, sie sieht sehr stark die Probleme in diesem Land. Sie sieht sehr stark, dass es diese Repräsentationslücke gibt, weil es gibt genug Menschen, die erstmal nicht wählen gehen. Es gibt genug Menschen, die unzufrieden sind mit den schon länger hier lebenden Menschen. Und es gibt auch genug Menschen, die sich sagen, ey, ich will gar nicht die AfD wählen. Ich sehe viele Probleme und da ist eine große Lücke entstanden. Und ich glaube, die sieht sie. Ich glaube, die sehen andere Menschen auch. Sonst würden die ja nicht so ein Pamphlet da verfassen. Und ich denke, das läuft jetzt gerade. Es machen sich viele Menschen Gedanken darüber, nicht nur in der Linkspartei, auch andere Menschen, wie eine Ulrike Gerö zum Beispiel, die ja auch rumtingelt. Aber es sind auch andere, wie Leute wie eine Gabriele Krone-Schmalz, einen Marc Friedrich, der bestimmte Sachen anspricht und auch so gesehen, weil du vorhin gesagt hast, eine freie Medien zu den freien Medien geht. Einen Heiner Flassbeck, der mal Staatssekretär unter Oskar Lafontaine war, der seit 20 Jahren gefühlt rumtingelt und versucht, da was zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile kommt das an einen Höhepunkt, wo sich halt wirklich dann die Frage stellt, nicht ob, sondern wann sich eine neue politische Bewegung, ich weiß nicht, ob es eine linke Bewegung wird. Ich glaube eher, es wird eine Bewegung für die Mitte, gründen wird. Die aber, ja. Ja, da du gerade Marc Friedrich angesprochen hast, ich glaube, wirtschaftlich würden wir beide da ganz viele Dinge anders sehen als er. Er ist beispielsweise ein Anhänger der Quantitätstheorie, er will jetzt niedrigere Steuern, auch für Reiche. Das sind jetzt Punkte, die ich nicht so unterschreiben würde. Und dieser Aufruf von Georg Theis, der hat auch sehr konkrete Vorstellungen. So soll eine Vermögensteuer ab 5%, ab 1 Million Euro Vermögen und ab 10% von 5 Millionen Euro Vermögen eingeführt werden. Der Spitzensteuersatz soll, also der höchste Spitzensteuersatz soll laut ihm 90% betragen und ab einem Einkommen von 1 Million Euro greifen. Und die Körperschaftssteuersatz, der normale soll auf 25% angehoben werden und ab 100 Millionen Euro Umsatz bei Unternehmen soll auch bei 50% liegen. Und gegen die Steuersätze habe ich jetzt grundsätzlich nichts einzuwenden. Ich würde nur die Freibeträge deutlich höher ansetzen. Denn das ist auch etwas, was man bedenken muss. Man sollte mit so einer neuen Partei auf keinen Fall den Mittelstand gegen sich aufbringen, sondern wirklich nur die Superreichen höher belasten. Die Mehrheit der Bevölkerung hat in Deutschland sowieso zu hohe Belastungen. Ein Punkt, der mir beim Aufruf ein bisschen gefehlt hat, ist die Mehrwertsteuer. Ein langfristiges Ziel in der linken Partei, ich weiß, dass das aktuell nicht möglich ist, auch wegen EU-rechtlichen Vorgaben, sollte es sein, die Mehrwertsteuer komplett abzuschaffen. Das ist eine Besteuerung, die vor allem die Armen trifft, die die Mitte trifft und die die Reichen, die eben ein Großteil ihres Einkommens sparen, fast überhaupt nicht trifft. Und das ist keine Steuer, die grundsätzlich sinnvoll ist. Die erzeugt Unmengen an Bürokratie, ohne einen Sinn zu haben. Also die kann man abschaffen. Da ist ja schon der nächste Punkt. Sinnvolle Steuern und nicht sinnvolle Steuern. Du hast absolut recht, ob man sie abschafft oder massiv reduziert für die, sage ich mal jetzt, Arbeiterschicht, ist, glaube ich, eine Detailfrage. Der zweite Punkt, Bürokratieabbau. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war jetzt ein paar Tage in London bei meinem Kollegen. Ich meine, ich bin auch, was Digitalisierung angeht, ich sage auch immer, es muss immer noch eine Möglichkeit geben, irgendwo analog Dinge zu beantragen und zu machen, gerade für ältere Menschen und die, die es nicht haben. Aber dort laufen Sachen so viel schneller, so viel einfacher, wo Deutschland gefühlt zehn Jahre hinterher ist, wenn es reicht. Allein was die Steuererklärung angeht, die der in der App macht, innerhalb von Minuten, wo wir ganze Horden von Steuerberatern beschäftigen. Also ich glaube, da ist auch enorm viel Potenzial, um auch Geld einzusparen, Bürokratie abzubauen und die Mitte, die mittelständischen Unternehmen zu entlasten. Das ist übrigens, wäre auch ein guter Punkt für so eine neue Partei, weil du hast absolut recht, die arbeitende Bevölkerung, die Mittelschicht, die muss massiv entlastet und mitgenommen werden in so einer neuen Bewegung. Ja, wie gesagt, aber an den hohen Steuersätzen, also 90 Prozent Spitzensteuer für ganz hohe Einkommen, da würde ich überhaupt nicht dran rütteln. Also ich finde, diese hohen Steuersätze, die gab es im Großteil des Westens schon mal. Großbritannien betrug die Spitzensteuer zu ihren höchsten Zeiten 98 Prozent. Das war eine prohibitive Steuer, die sollte eben verhindern, dass solche hohen Einkommen überhaupt erzielt werden, weil das auch für eine Marktwirtschaft überhaupt nicht notwendig ist. Dass manche Leute 20 Millionen Euro ein Jahreseinkommen haben. So etwas, also zumindest nicht als Lohn, so etwas braucht es nicht. Der Hintergrund, also ich weiß nicht, ich bin da zu, also nicht so krass im Detail drin, ob ich jetzt sagen kann, die 90 Prozent sind es oder nicht. Aber systematisch, wenn wir wieder auf die Systemebene gehen, stellt sich ja die Frage, habe ich ein System, was möglichst für so eine Gausche-Glockenkurve, also für einen Ausgleich sorgt, oder habe ich ein System, was quasi befördert, dass die, die schon viel haben, immer mehr bekommen. So, dass es quasi immer, je reicher du bist, dass es immer leichter wird, dass du noch reicher wirst. Und für die, die unten sind, quasi ist es sehr, sehr schwer, es überhaupt Vermögen aufzubauen. So, und diese systemische Frage wird ja auch, da sind wir wieder wenig bis gar nicht gestellt oder öffentlich diskutiert. Die müssten wir aber diskutieren und die wäre mit Sicherheit auch relevant für so eine neue Partei. Ja, das ist im Kapitalismus halt systemisch angelegt, dass solange die Kapitalrendite über dem Wachstum liegt, und das ist so gut wie immer der Fall, dass dann halt die Ungleichheit immer weiter zunimmt. Dafür braucht es erstmal eine vernünftige Lohnpolitik, also dass die Löhne entsprechend der Produktivität steigen, dass Kapitalisten und Arbeiter beide ihren gleichen Anteil am Wachstum erhalten. Und dann, zweitens, brauchen wir halt eine vernünftige Besteuerung von extrem hohen Einkommen und extrem hohen Vermögen. Wie gesagt, Mehrwertsteuer abschaffen und so ein hoher Vermögensteuersatz von 10%, den kann man von mir aus einführen. Denn wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Zunahme an Ungleichheit gesehen. Und um das wieder abzubauen, brauchen wir jetzt auf jeden Fall temporär eine übermäßige Besteuerung von hohem Einkommen und hohem Vermögen, um das wieder ein bisschen runterzubringen und wieder auf ein gesundes Maß zurückzuführen. Ja, oder eine Art Lastenausgleich, nenn es wie du willst, irgendwas. Es kann halt einfach nicht sein, dass sich immer mehr Vermögen bei immer weniger Leuten konzentriert. Das ist nicht gut. Da muss ich nicht studieren für. Das weiß ich einfach vom Gefühl her, dass das nicht gut ist. Klar, jetzt gibt es natürlich Leute, die sind so super reich und spenden 90% von ihrem Vermögen. Okay, die nehme ich jetzt da mal mit raus, weil die Leute, es gibt ja auch selber Milliardäre, die fordern, die wollen krasser besteuert werden. Das gibt es ja auch. Spenden kannst du von der Steuer absetzen. Ja, das ist okay. Aber zumindest fließt es dann zu einer guten Sache. Ja, also ja, und in Stiftungen kann man auch sehr gut Geld verstecken, was da nicht unbedingt guten Sachen zufließt. Habe ich auch gehört. Das soll es geben, ja. Naja, auf jeden Fall. So hohe Steuersätze braucht es, wie gesagt, um die Ungleichheit wieder zurückzufahren. So hohe Ungleichheit, die ist jetzt auch mal ganz kapitalistisch gedacht nicht gut fürs Wirtschaftswachstum. Die reichen, die sparen, wie gesagt, den Großteil ihres Einkommens und geben es nicht wieder aus. Und das braucht ja Nachfrage, damit Unternehmen überhaupt einen Anreiz haben, um Produkte zu produzieren, um ihre Produktion auszuweiten und auch in neue Technologien zu investieren. Wenn wir ständig ein relativ hohes Wachstum haben, dann haben Unternehmen, wie gesagt, einen Anreiz überhaupt, in produktivitätssteigernde Technologien zu investieren, ohne, also mit so einem gemächlichen, langsamen Wachstum, wie wir es in Europa die letzten 20 Jahre hatten, haben wir auch sehr geringe Produktivitätsfortschritte. Ja, und vor allem hat es ja noch andere Wirkungsweisen. Ungleichheit, Armut, Ungerechtigkeit sorgt natürlich auch für eine massive Benachteiligung und dadurch, dass Menschen vielleicht auch nicht ihr vorhandenes Potenzial ausschöpfen können und dann eher in irgendwelchen Jobs oder im Sozialsystem verharren, anstatt, ich sage mal jetzt, nur rein produktiv etwas zu tun, wo sie wirklich gut drin sind und wo sie sich mit identifizieren können. Allein das könnte man ja aus kapitalistischer Sicht sich schon die Frage stellen, hey, wie nutzen wir denn so gesehen das Humankapital und holen das Beste und schaffen ein System, um das Beste aus jedem herauszuholen. Auch davon sind wir ja unendlich weit entfernt. Plus der zweite Faktor in Sachen Ungleichheit, Ungerechtigkeit ist natürlich Nährboden für extreme Parteien, wie wir es ja jetzt in vielen verschiedenen europäischen Ländern auch sehen, wo Parteien wie die AfD hochkommen. Ja, wie die Grünen, also solche extremen Parteien halt. Ja, also diese extremen Parteien, du meinst ja diese eher rechtsgerichteten Parteien, die sich, wie es aussieht, vielleicht gar nicht so extrem sind, sondern die, wie wir in Italien sehen, sich sehr gut ins Parteienspektrum integrieren und dann einfach neoliberale, transatlantische Politik machen und weder an dem Kriegskurs gegenüber Russland noch in der sozialen Frage irgendetwas ändern. Und das Lustige ist, nicht mal eine Einwanderungsfrage, also da, wo sie am meisten mit Wahlkampf machen, ändert sich dann groß was. Also in Italien, da setzt die Regierung weiterhin auf hohe Einwanderung, weil die Wirtschaft eben Fachkräfte braucht. Also wir sehen in keinem Bereich, in keinem relevanten Bereich, dass die rechten Parteien ihre Wahlversprechen groß umsetzen, sondern sie passen sich dann ja sehr schnell an die Politik, die bisher schon gemacht wurde, an und können sich dann an den Futtertöpfen bedienen, so wie es die alten Parteien auch gemacht haben. Genau, und da haben wir, da sind wir schon bei dem nächsten, aus meiner Sicht relevanten Punkt für eine neue Partei. Es muss die Frage, diese systemische Frage gestellt werden. Diäten, Lobbyismus, vielleicht auch eine Amtsbeschränkung von zwei oder drei Legislaturperioden, also das Thema Berufspolitiker. Einfach erstmal einen neuen Art von Politikertyp, der nicht nur wählbar ist, der zum Beispiel auch wieder abwählbar ist und nicht nur erst nach vier Jahren, sondern auch während der Legislaturperiode. Und das sind alles Punkte, da hast du recht, die würden damit wahrscheinlich also spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ja, all die Punkte, die du gerade angesprochen hast, die sind interessanterweise auch in dem Manifest von Georg Theis hier enthalten. Also beispielsweise die EU-Kommission soll direkt gewählt werden und auch wieder abgerufen werden können bei Volksabstückung. Amt und Mandat sollen voneinander getrennt werden. Also ein Politiker kann nicht gleichzeitig im Bundestagssitzenden ein Ministeramt innehaben. Ja, ich sage ja, also grundsätzlich dieses Thema mit dem neue Regeln für Politiker oder nenn es wie du willst, das ist ja, definitiv muss das kommen. Das ist ein Hauptthema. Also du wirst immer wieder, gibt es halt so Leute, die bereichern sich oder verschwenden halt massiv Steuergeld. Scheuer. Ja, ja. Katastrophe. Heißt, verschwenden, das können auch ihre Freunde beschenken. Man denke daran, was die rot-grüne Regierung unter Schröder mit unserem Rentensystem gemacht hat. Also man kann es nicht oft genug betonen, das war eine Ausplündung unseres Rentensystems zugunsten von wenigen Versicherungsgesellschaften, die den Leuten in den Riester-Renten andrehen konnten. Das ist ja auch noch. Ich rede ja jetzt erst mal nur von den direkten Sachen oder die Maskendeals oder solchen Geschichten. Aber allein auch deshalb, eine neue Bewegung bräuchte quasi genau solche Regeln für Politiker, dass die zum Beispiel mit ihrem Privatvermögen haften. Wenn wirklich, wenn die, wenn fahrlässig, grob fahrlässig, vorsätzlich 25, 50, 75 Prozent zack, nachgewiesen, Gericht hat entschieden, okay, hat fahrlässig gehandelt, so, sie haften jetzt mit ihrem Privatvermögen. Warum nicht? Es könnte teuer werden. Naja, aber bei 25 Prozent hast du ja immer noch, wenn du 100.000 Euro hast, gibst du halt 25 ab. Du bist ja nicht, fällst ja nicht in Armut. Ich will ja nicht, die Leute auf die Straße nennen. Ich bin total für den Vorschlag. Ich bin total für den Vorschlag. Aber ich meinte nur, das könnte für einige Politiker teuer werden. Ja, ja, sicherlich. Aber das ist ja, was sich durch die Politik zieht. Wann tritt denn überhaupt noch jemand zurück? Sehr, sehr selten. Wann stellt sich denn mal ein Scheuer hin und sagt, Mensch, ich bitte zumindest um Entschuldigung und ich will gucken, dass ich irgendwas Gutes wieder tue? Das passiert ja schon gar nicht mehr. So, maximal sagen sie, dass es blöd gelaufen ist und das ist ein Fehler und dass es ihnen irgendwie leidtut. Aber ansonsten, was passiert denn ansonsten? Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für eine neue Partei, die Politiker an die Kandare zu nehmen, den normalen Bürgern, den normalen Wählern wieder mehr Möglichkeiten einzuräumen, diese Leute zu kontrollieren, die Politiker viel mehr in die Pflicht und die Verantwortung zu nehmen, sei das jetzt über, das fordert zum Beispiel der Bund der Deutschen Steuerzahler, die bringen ja immer dieses schöne Schwarzbuch raus, falls du das kennst, die sagen ganz klar, Steuergeldverschwendung, Haushaltsuntreue ins Strafgesetzbuch. So, wäre schon mal ein Schritt. Ja, wobei man den Bund der Steuerzahler auch kritisch sehen kann, weil er immer Steuersenkungen auch vor allem für die Reicheren fordert. Also der fordert sie vor allem bei der Einkommenssteuer und wenn man die Einkommenssteuer senkt, so ist sie nun mal gemacht, das ist eine progressive Steuer, die belastet Reiche mehr als Arme, dann profitieren davon eher die Reichen. Also das ist, also wie gesagt, das Schwarzbuch ist glaube ich ganz nützlich, wenn man Fälle von Steuergeldverschwendung sieht. Man sollte da aber jetzt trotzdem nicht auf die falschen Lösungsvorschläge kommen. Nein, man kann ja immer gucken und sich das Beste von allem rauspicken, aber es ist zumindest in diesem Gesamtkonstrukt neue politische Bewegung ein mega relevanter Teil, um überhaupt wieder Vertrauen zurückzugewinnen von den Menschen. das ja massiv gebrochen wurde und immer noch gebrochen wird durch eben solche Skandale, wo einfach nichts passiert. Und es tritt ja nicht mal, er tritt ja nicht mal freiwillig zurück, könnte er ja auch machen. Der Scheuer jetzt, ne, gibt ja, ich will es gar nicht so sehr an der Person festmachen, gibt ja genug andere, so. Ja, oder man kann das in noch viel größerem Ausmaß sehen, dass Politiker einfach mit Vermögen, was ihnen anvertraut wurde, komplett sorglos umgehen, so als ob das, als ob das überhaupt keinen Einfluss hätte. Man sieht das ja jetzt, als Nord Stream gesprengt wurde. Also da stellen sich eigentlich alle nur die Frage, wer war das? Wieso wird das nicht untersucht? Und wieso verweigert man den Bundestagsabgeordneten da mal Akteneinsicht? Wieso verweigert man ihnen zu sehen, was die bisherigen Untersuchungsergebnisse sind? Also das ist ja wirklich, ja, traurig, dass da keine Aufklärung stattfindet. Genau. Da wurden ja über zehn Milliarden investiert und jetzt, ja, jetzt will es keiner gewesen sein und die Bundesregierung erzählt auch nichts. Genau. Wie kommt sowas? Da ist auch wieder so das Thema Transparenz, dass man als Bürger viel, viel mehr die Möglichkeit hat, auch Sachen einzusehen, von seinem Wahlkreisabgeordneten auch Sachen einzufordern. Und ich glaube, da würden uns allein uns beiden genug Regelungen einfallen, um ein Stück weit den Wähler, den Souverän wieder zu ermächtigen und die Politiker ein bisschen an die Kandare zu nehmen. so und da sind die, da sind so Themen wie Diäten, weniger Diäten oder Amtszeitbegrenzung von zwei oder drei Legislaturperioden oder die Verkleinerung des Bundestages, haben sie ja jetzt auch ein bisschen, ein bisschen sind sie dem ja jetzt nachgekommen, für die nächste Bundestagswahl. Aber das sind alles so Sachen, da würde man mit Sicherheit punkten, plus vielleicht auch, da hatten wir kurz, weil wir immer so sagen, die Medien, also wir wissen, wir differenzieren schon auch. Die Mainstream-Medien. Aber eine GEZ-Reform, eine Rundfunk-Reform, so auf jeden Fall braucht das diese neue Partei, wenn die an den Start kommt. Also wie sollte man den Rundfunk denn reformieren, deiner Meinung nach? Also ich glaube, Leute in die Rundfunkräte, die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben, die auch keine Parteimitglieder sind, das wäre schon mal eine Geschichte, kleiner, schlanker, zentraler, auf das Wesentliche konzentrieren, Nachrichten, Kunst, Kultur, Dokumentation, Bildungsfernsehen und vielleicht regionale Sachen. Und dann, ich würde eine Volksabstimmung dazu machen, da würde relativ schnell rauskommen, dass die allermeisten wahrscheinlich einen öffentlichen Rundfunk haben wollen, glaube ich zumindest. Grundbetrag Socke seiner derzeitigen Form wahrscheinlich nicht machen, also so wie er aktuell aussieht. Das wäre die Frage, was bei rauskommt, aber wenn du nur die Frage stellst, möchten sie in Deutschland einen öffentlich-rechtlichen, einen vernünftigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, würde ich glaube ich schon noch eine Mehrheit sagen, ja. Sockelbetrag von ein paar Euro und wer möchte, kann sich dann die Fußball-Flatrate, die was weiß ich, hinzubuchen. Das wären Punkte oder auch freie Verwendung des Materials des öffentlichen Rundfunks. Du kannst ja schon, auch wenn du auf irgendwas reactest, kannst du ja theoretisch, kann dir ja der öffentliche Rundfunk ans Bein pissen, weil du ja das Material verwendest. Ja, das machen sie auch sehr gern, was eigentlich total seltsam ist. Du solltest das eigentlich auch so hochladen dürfen, ohne darauf zu reacten, sondern auf den öffentlichen, rechtlichen Rundfunk sollte kein Urheberrecht werden, weil uns das eh allen gehört, weil wir es eh alle bezahlen. Ja, das wäre auch ein Punkt. Und du hast gerade die Rundfunkräte angesprochen. Was würdest du denn davon halten, wenn man da die Mitglieder auslosen würde? Also unter allen deutschen Staatsbürgern, die hier leben, einfach zufällig einen ab 18 Jahren wählen. Könnte man auch machen. Auswählen, alle zwei, drei Jahre, dass es einen Wechsel gibt. Deswegen, es gibt ja eigentlich nur diese zwei Möglichkeiten, die wir haben. Entweder wir wählen direkt, also dann würden in den Rundfunkräten die gleichen Parteien wie im Bundestag sitzen. Das wäre dann nicht staatsfern und das würde dann wahrscheinlich zu noch mehr Beeinflussung führen, als wir sie gerade sehen, beziehungsweise zu richtigen politischen Kämpfen, wer dann im Rundfunkrat die Mehrheit hat. Oder wir können sie auslosen. Oder, und das ist die dritte Möglichkeit, die haben wir aktuell, da haben wir so ein total intransparentes Geflecht von irgendwelchen christlichen Organisationen, muslimischen Organisationen, dann irgendwelchen anderen Gesellschaftsvertretern, die häufig einfach CDU- oder SPD-Politiker sind, die dann in den Rundfunkräten sitzen. Da haben wir dieses total intransparente, womit sich niemand genauer beschäftigt, was niemand versteht und wo niemand in der Bevölkerung Einfluss drauf hat, was dann letztlich dafür sorgt, dass Regierungsvertreter in den Rundfunkräten setzen. Und das ist ja auch nicht gut. Ich würde sagen, das einzig vernünftige Verfahren, was andere Ergebnisse bringt als die Wahlen und was vor allem dafür sorgt, dass keine Politiker in die Rundfunkräte kommen, das ist das Losverfahren. Da hat der Hartz-IV-Empfänger genau die gleiche Chance, wie der Milliardär in den Rundfunkrat zu kommen. Und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da müsstest du dann gucken, klar, wenn jemand ausgelost wird, der halt irgendwie Parteifunktionär ist, das wäre so das einzige Ausschlusskriterium, darf kein Parteimitglied sein oder kein... Nee, auch das, auch das, kompletter Zufall und wer dann reingelost wird, egal, selbst wenn das der härteste Neonazi ist, dann muss der in den Rundfunkrat. Man kann nicht Personen ausschließen, weil es dann wieder politischen Missbrauch wird. Sowas darf es nicht geben. Deswegen komplettes Zufallsprinzip und alle Bürger ab 18 Jahren dürfen da reingelost werden. Ich habe gerade so gedacht an, es gibt ja auch manchmal irgendwelche Menschen, die bekommen das Wahlrecht aberkannt und solche Geschichten. Das gibt es ja auch. Daran habe ich gerade gedacht. Ja, sowas sollte es da gar nicht geben. Also, wenn jetzt ein einzelner Mensch das Wahlrecht aberkannt bekommt, macht das jetzt auf dem großen Bild nicht den großen Unterschied, weil es ja Dutzende Millionen Wahlberechtigte gibt, aber in so einem Rundfunkrat, wo nur ein paar hundert Personen oder ein paar Dutzend Personen sitzen, da ist das schon gefährlich, wenn man da einzelne Mitglieder entfernen kann, weil sie falsche politische Meinung haben. Also erst mal offen, sagst du. Ja, wäre eine Möglichkeit. Alles ist besser als das, was wir jetzt haben, glaube ich. Also eine große Rundfunkreform, Verkleinerung, auch so Themen wie Pensionsansprüche, diese Unsummen, die da auch gezahlt werden. Also ich glaube, da ist auch viel, viel Potenzial, um Geld einzusparen und das vernünftig einzusetzen. Auch diese zigtausend Social Media Kanäle von irgendwelchen kleinen Formaten, ich glaube, das ist alles too much. Und da ist viel Nicht nur too much, vor allem das Falsche. Also es gibt ein einziges Funkformat, was sich wirklich mit Wirtschaftspolitik beschäftigt. Also was kostet die Welt, heißt das, und ob sich das wirklich nicht, es beschäftigt sich nicht mal hauptsächlich mit Wirtschaftspolitik, sondern hat auch noch ein paar andere wirtschaftliche Themen. Also es gibt kein einziges Funkformat, was sich hauptsächlich mit Wirtschaftspolitik beschäftigt. Also wie gesagt, was kostet die Welt, ist noch das, wo am ehesten Wirtschaftspolitik vorkommt und das wird halt von der FAZ produziert und ist stramm neoliberal. Und da wäre auch wieder so eine Sache, wenn es eine Reform gäbe, müssten möglichst alle Spektren gleichermaßen abgebildet werden. Und das ist entweder gar keins oder möglichst alle gleichermaßen. Aber dieser Ausgleich fehlt halt auch. Und wer möchte, kann sich dann halt seine Fußball-Threat-Rate hinzubuchen. So würde ich das machen. Einige würden jetzt sagen, nein, wir wollen überhaupt keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Grundsätzlich ist es eine gute Sache, wenn er möglichst neutral ist. Auch die Redaktionen, du könntest auch die Redaktionen über einen bestimmten Schlüssel besetzen, damit du wirklich einen guten Mischmasch von Leuten hinbekommst. Wäre auch eine Möglichkeit. Du musst dir bei den privaten Medien immer denken, wessen Interessen vertreten die. Da gibt es die freien Medien, die tatsächlich von ihren Lesern finanziert werden. Da gibt es aber, die meisten Medien gehören bestimmten großen Konzernen. Und die vertreten dann natürlich die Interessen der Aktionäre von diesem Konzernen. Also das ist doch komplett selbstverständlich im Kapitalismus, dass eben der, der das Kapital besitzt, auch sagt, wo es lang geht. Und da kann, wie beispielsweise im Fall von Springer, auch ein großer Hedgefonds aus den USA, KKR heißt der, sich fast die Hälfte von Springer kaufen. Und niemand regt sich auf, niemand sagt, das ist jetzt ausländische Propaganda, das müssen wir verhindern. Nee, weil es eben gewollte Propaganda ist, weil das komplett gewollt ist, dass große Investoren Medien aufkaufen können. Und dann ist es ja umso wichtiger, wenn du wirklich einen gut funktionierenden, öffentlich-rechtlichen, neutralen Rundfunk hast. Also das wäre mit Sicherheit, da ist sehr, sehr viel Potenzial, nicht nur, weil es faktisch vernünftig ist, solche Sachen, die wir eben benannt haben, zu machen, aber weil es auch, glaube ich, bei den Wählern sehr, sehr gut ankommen würde, da wirklich mal ranzugehen und zu sagen, so, wir machen jetzt mal hier Tabula Rasa, wir wollen einen öffentlichen Rundfunk, aber wir brauchen da wirklich eine Reform, weil wir sehen auch die ganzen Probleme und die Menschen verstehen es ja auch nicht mehr. Jetzt haben sie ja wieder, ich glaube, eine neue Erhöhung ist auch wieder im Gespräch, glaube ich gerade. und noch mal zu direkter Demokratie, darüber hatten wir ja vorhin schon gesprochen, was bei direktdemokratischen Abstimmungen relativ interessant wäre, wäre wahrscheinlich, dass die meisten wirtschaftlichen Vorstellungen, die wir beide so haben, also Erhöhung des Mindestlohns, allgemeine Erhöhung der Löhne, Erhöhung der Renten, dass die wahrscheinlich durchgehen würden. also die meisten Menschen, die jedenfalls zeigen, dass die meisten Umfragen sind wirtschaftlich eher links, also die sind eher für höhere Steuern für Reiche und eher für niedrigere Steuern für Arme für höhere Löhne, was ja auch logisch ist, weil die meisten Menschen eben angestellt oder Arbeiter sind. Die meisten Leute erkennen ja die Schieflage auch in der Gesellschaft, ohne das jetzt vielleicht konkret mit Zahlen benennen zu können, welche Familie jetzt wie viel Geld hat oder wie sich jetzt der Reichtum bei den zehn reichsten Prozent noch mal erhöht hat. Die meisten Leute fühlen es ja, dass irgendwas in Schieflage ist, also auf jeden Fall, definitiv so. Da würdest du eine hohe Mehrheit für bekommen, für solche Fragen. Gleichzeitig könntest du solche Kulturkämpfe, die wir gerade aktuell sehen, also sowas um Migration, um dieses Gender, um diesen ganzen Quatsch, könnte man damit abkühlen, indem man einfach eine Volksabstimmung darüber macht. Dann entscheidet die Mehrheit der Menschen halt, wie hoch soll die Migration sein, also welche Regeln soll da gelten, wann soll man seine Staatsbürgerschaft bekommen, also wollen wir, also um jetzt dieses Gender-Thema, wollen wir dieses Selbstbestimmungsgesetz, was die Grünen da jetzt vorlegen. Also da würde es einfach eine Volksabstimmung darüber gehen und dann wäre die Frage geklärt. Also das könnte man, so einfach klären und ein paar Jahre später, wenn es dann wieder eine Unterschriftensammlung gibt oder vom Bundestag ein Beschluss, dass eine Volksabstimmung stattfinden soll, da gibt es eine neue Volksabstimmung und wenn sich das Klima dann gewandelt hat, dann wird halt anders entschieden, wenn nicht, dann nicht. Also so ließen sich solche Themen, über die total heiß diskutiert wird und die für die Mehrheit der Menschen egal sind. Also das Selbstbestimmungsgesetz, da werden glaube ich die wenigsten von uns morgen zum Standesamt rennen und sagen, ich bin jetzt das andere Geschlecht, aber die für die Mehrheit der Menschen egal sind, die könnte man so ganz einfach entscheiden mit einer demokratischen Mehrheit und dann hätten wir auch weniger hitzige Debatten und könnten uns mehr um die wichtigen Fragen kümmern. Genau, genau, definitiv, definitiv. Also es ist immer so die Frage, was stimmt man dann alles ab? Jetzt nenne ich schon wieder Gregor Gysi, aber der sagt halt manchmal vernünftige Sachen und ich glaube auch zu dem Thema Volksabstimmung hat er mal gesagt, es gäbe nur, bei so einer Frage müsste erst das Bundesverfassungsgericht prüfen, ob die Frage, sage ich mal, auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Ja, das ist selbstverständlich. Also du kannst jetzt keine Abstimmung machen, weisen wir alle aus Deutschland aus, die keinen ARIA-Nachweis haben. Genau, genau. Das ist klar, dass sowas nicht geht. Aber ich glaube auch, dass sich viele Sachen ergeben würden und natürlich plus die Leute hätten auch wieder mehr das Gefühl mitgenommen zu werden. Natürlich gibt es ja manchmal so Bürgerentscheide, wo Leute irgendwas machen, aber so auf Landes- und Bundesebene ist es, glaube ich, immer mehr an der Zeit, dass sowas kommt. So manche Landesverfassungen da schon weiter sind. Ich habe das Gefühl, da könnten Gewerkschaften, Sozialverbände häufiger mal solche Abstimmungen organisieren. Also auch um solche Tariftreue-Vergabegesetze auf Länderebene zu erreichen. Also dass Länder halt verpflichtet werden, bei ihrer öffentlichen Auftragsvergabe nur noch Verträge an Firmen zu geben, die sich an die Tarifverträge halten, an die Branchenüblichen. Das könnte man auch auf Bundesländer eben relativ leicht machen. Also sowas wird von Gewerkschaften halt relativ wenig organisiert. Wahrscheinlich, weil die sich auch nicht als politische Institutionen sehen, sondern wirklich nur sich auf den Streik im nächsten Jahr konzentrieren und gar nicht so sehr auf politische Kampagnen, die aber auch wichtig wären, um die eigene Verhandlungsposition zu stärken. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also es gäbe mit Sicherheit genug Möglichkeiten, ob das jetzt der Mindestlohn ist, das Thema Migration, was auch nicht gelöst ist, nach wie vor auf EU-Ebene, aber auch nicht in Deutschland, aber auch so Sachen wie GEZ-Reform. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, plus direkte Demokratie, einfach die Tatsache, dass du zum Beispiel den Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin direkt wählen kannst oder auch, ich würde sogar sagen, Bundeskanzler. Why not? Warum nicht? Ja, der wird ja durchs Parlament gewählt. Wir sind ja eine parlamentarische Demokratie, das kannst du nicht so machen. Zumindest nicht so einfach, kann man nicht so machen. Es gibt ja parlamentarische und Präsidialdemokratien und wir sind eine parlamentarische, das heißt, bei uns wird ein Parlament gewählt und das bestimmt dann die Regierung. Und in Frankreich, da hast du eine Präsidialdemokratie, da bestimmt der Präsident dann die Regierung. Also am Bundespräsident, auch wenn er bei uns nur zeremonielle Funktionen hat, kannst du trotzdem direkt wählen. Also da würde nichts dagegen sprechen. So oder so gäbe es bestimmt Möglichkeiten, mehr Elemente der direkten Demokratie auch mit unserem repräsentativen System zu verknüpfen. Mit Sicherheit. Wenn jetzt irgendwelche schlauen Juristen zugucken, bestimmt. Ja, ich würde sagen, du kannst auch bei bestimmten Entscheidungen Volksabstimmung verpflichtend machen. Bei Auslandseinsätzen beispielsweise. Stell dir mal vor, vor jedem Auslandseinsatz der Bundeswehr in den letzten 25 Jahren hätte es eine Volksabstimmung davor gegeben. Also ich würde sagen, sonst wäre der eine oder andere Krieg, wahrscheinlich auch der in Afghanistan, erspart geblieben. Wahrscheinlich schon. Also Kriege hätten wahrscheinlich trotzdem stattgefunden, aber zumindest nicht unter deutscher Beteiligung. Oder die grundsätzliche Frage, das haben ja auch die Grünen noch in der letzten Bundestagswahl gefordert, ganz groß auf dem Plakat, keine Rüstungs- und Waffenexporte in Kriegs- und Krisengebieten. Ja, dass man da eine Volksabstimmung machen kann. Super Frage für eine Volksabstimmung. Ja. Das ist die Frage, was sind Kriegs- und Krisengebiete? Also ist Saudi-Arabien ein Kriegs- und Krisengebiet, wenn es Kriege führt? Ja. Also da herrscht ja selbst kein Krieg. Also wie gesagt, das könnte man dann ja in der Volksabstimmung erklären, ob man an bestimmte Länder Waffen liefert oder nicht. Kann man ja bei jedem Land ankreuzen, ja, nein, ja, nein. Ja, zum Beispiel. Also so eine Volksabstimmung könnte man ja nach einer Unterschriftensammlung dann durchführen. Also das sind alles Fragen, die sich richtig leicht durch Volksabstimmung klären ließen. Ja. Also ich glaube auch diese Sanktionen, die jetzt gegen Russland erlassen würden, die wären in der Schärfe nach einer Volksabstimmung nicht gekommen. Also es kann sein, dass einige Oligarchenvermögen ereignet worden wären, aber wirklich diese Sanktionen, die enorme Preissteigerung zufolge hatten. Wenn wir da eine vernünftige Debatte drüber gehabt hätten und wenn wir dann wirklich darüber abgestimmt hätten, ich glaube, dann hätte es das nicht gegeben. Könnte sein, ja. Also kann man jetzt nur spekulieren. Ja, kann man nur. So oder so bleibt es ja nicht falsch, dass der Punkt, die politische Forderung, die Wähler, sei es auf Landes- oder Bundesebene, mehr mitzunehmen und mehr Angebote in Sachen einer neuen Partei zu machen, auf jeden Fall sehr, sehr relevant wären für den Erfolg einer solchen Partei. Weil du ja eben auch gesagt hast, in Frankreich haben die sich, die Partei von, wie heißt sie, Meloni, haben sich sehr schnell an das bestehende System adaptiert. In Italien. In Italien, genau. Haben sich sehr schnell adaptiert. Und das gilt es ja zu verhindern und wirklich Politik für die Bevölkerung, für die Mehrheit der Menschen, für die Arbeiter zu machen. So, das ist ja eigentlich so dieser Punkt. Ja, und also die meisten Leute sind ja Arbeiter, Angestellte oder Leute, die von Transferleistungen leben. Also ich bin Student. auch da habe ich ja kein großes Vermögen. Also auch mir würde es jetzt nicht helfen, wenn man die Steuern für die Reichen nochmal senkt. Auch ich muss die höheren Preise bezahlen. Also das müssen wir uns mal wirklich veranschaulichen, dass die absolute Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland von der aktuellen Politik beziehungsweise von der Politik, die die letzten 40 Jahre gemacht wurde, nicht profitiert. Ja, genau. Ich glaube, ähnliche Untersuchungen gab es mal auch den USA. Da hat sich irgendeine Uni, haben sich angeguckt, wie, was werden für Entscheidungen getroffen und wer profitiert am meisten davon. Und da kam auch raus, dass das eher die, die, ja, reichere Bevölkerungsschicht ist. Und dass es auch grundsätzlich ist, dass, da sind wir wieder bei dem Thema der, der sozialen Frage und dem Faktor, ähm, schaffen wir ein System, wo möglichst alle Menschen mitgenommen werden und denen man sich auch ein bisschen Wohlstand aufbauen kann oder bleiben wir in dem bestehenden System, wo es immer, immer einfacher ist, je reicher du bist, noch reicher zu werden. Das ist es ja so. Eigentlich, es muss genau umgedreht sein. Es muss immer, immer schwerer werden, immer, immer reicher zu werden. Ob das halt dann durch einen Spitzensteuersatz ist oder einen Lastenausgleich oder ich, das weiß ich nicht. Aber die Systematik sollte ganz genau so sein, dass sich der Wohlstand verteilt. So, ne. Für die, die jetzt irgendwie denken, was labert der, stellt euch einfach vor, ihr habt einmal in der Woche euer Lieblingsgericht oder ihr habt es hundertmal am Tag. So, es gibt halt einen gewissen Punkt, das nennt man abnehmender Grenznutzen. Wenn ihr dann zehntausend Euro mehr habt, ihr habt ihr nicht mehr Lebensqualität davon. Dann könnt ihr euch freuen, weil ihr mehr habt als euer Nachbar oder so und könnt euch einen drauf runterholen. Sorry für die Worte, aber es ist so. So, aber ihr habt nicht mehr Lebensqualität und das wäre wirklich mal zu definieren, wo dieser Punkt ist, wo der in Deutschland ist und danach müsste man sich ausrichten. Ja, wie gesagt, einfach, dass man dann extrem hohe Einkommen, extrem hohe Vermögen höher besteuert und mittlere Einkommen eher niedriger und ganz niedrige Einkommen eigentlich überhaupt nicht mehr. Die werden ja hauptsächlich durch die Mehrwertsteuer belastet. Also ganz niedrige Einkommen, Transferzahlungen oder ganz niedrige Löhne zahlen ja vor allem Mehrwertsteuer, weil Sozialbeiträge und Einkommenssteuer für die gar nicht anfällt. Also da könnte man, wie gesagt, durch die Streichung der Mehrwertsteuer extrem viel erreichen. Mit Sicherheit, nicht nur das. Also die Mitte trägt ja noch die Gesellschaft. Du zahlst ja schon ab 60.000 Jahres brutto bist du ja schon bei 30, 35 Prozent und dann geht es aufwärts, wenn nicht sogar 40, so knapp. Es müsste eigentlich so sein, dass du, weiß ich nicht, bis 50.000 Euro so gut wie keine Steuern bezahlst oder vielleicht 5 Prozent, so bis 100.000 vielleicht 10 Prozent und dass es dann immer höher geht. So, dass wirklich mal, das ist ja auch wieder so ein Taschenspielertrick. Es wird ja immer davon geredet, die Mitte wird entlastet. Es gibt wieder ein neues Entlastungspaket, ja, aber es ist einfach, es ist vielleicht mal ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist nicht wirklich die große Reform. Oder Steuersystem, ich fand Friedrich Merz mal cool, als er gesagt hat, Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Da sollten wir wieder hin, so, zu solchen Ansätzen und wirklich uns die Frage stellen, okay, wie setzen wir das denn um? Ja, wobei du auch noch die Sozialbeiträge hast, wo du ja die Beitragsbemessungsgrätze hast, wo Kapitalerträge nicht mit einbezogen werden, wo du also auch definitiv progressiver vorgehen könntest, als es aktuell gemacht wird. Ja, es gibt genug Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel auch sagen, wir erhöhen einfach, wir schaffen eine Art Bonus oder Anreizsystem. Angenommen, du engagierst dich neben deinem Studium irgendwo, dann kriegst du, weiß ich nicht, ein paar Prozente. Wenn du dann irgendwann mal Steuern zahlst, werden dir die wieder abgezogen, eben weil du dich sozial engagiert hast. Oder du pflegst jemanden. Oder du baust dein eigenes Gemüse im Garten an und vergibst das noch an die Nachbarn, tust noch was Gutes. Also solche Konzepte im Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit, mehr Engagement fördern und dass du dadurch wieder Vergünstigungen bekommst, die du steuerlich geltend machen kannst, wäre auch eine Idee. Wobei man es da nicht auch übertreiben darf. Also man kann aktuell jeden möglichen Unsinn von der Einkommenssteuer absetzen und dadurch fällt dann der Steuersatz viel geringer aus bei einigen, als er in der Theorie ist, weil wirklich du Dinge absetzen kannst, die bei jedem zutreffen. Da würde ich doch sagen, setz die Freibeträge gleich höher und nehm dann nicht Sachen rein, die man dann noch extra absetzen muss und wo man dann unnötige Bürokratie hat, sondern setzt die Freibeträge gleich höher. Also das wäre wesentlich einfacher. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt so ein bisschen... Jetzt aus Perspektive des Bürokratieablaufs. Das war ja auch ein Argument bei der Mehrwertsteuer, dass man die gleich komplett streichen kann, wenn man dann eben die Bürokratie nicht mehr hat. Genau, das wäre natürlich in den Einklang zu bringen. Also natürlich ein einfacheres, faireres, gerechteres Steuersystem, aber auch eins, was natürlich möglichst unbürokratisch ist. Aus... Guck mal, es engagieren sich, glaube ich, 20 oder 30 Millionen Menschen in Deutschland und ich finde schon, dass diese Tätigkeit, kann man ja drüber reden, ob die nicht auch ein gewisses Gewicht hat in der Steuer, dass du dann zwei, drei Prozent weniger einfach zahlst, eben weil du ein engagierter Bürger bist. So... Wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt viele. Es gibt... Ich glaube, es gibt unendlich viel zu tun, egal in welchem Feld und es gibt unendlich viel Luft nach oben und Luft für bessere Politik und wir sind... Hoffentlich können wir was dazu beitragen, dass sich da eine neue Bewegung gründet. Ich weiß ja nicht, wie realistisch du das so siehst. Also ich glaube, wenn sich jetzt von der Linkspartei ein bedeutender Teil mit vernünftigen Politikern wie Klaus Ernst, Sakle Nastic, Sevim Dadelen, Sarah Wagenknecht, also die Namen werden hier einige kennen, wenn die sich abspaltet, dass es dann durchaus Mehrheiten geben könnte, um ins Europaparlament und dann in den Bundestag zu kriegen und dann hätte man erst mal so eine vernünftige Partei. Also es gibt wirklich viele Leute in Deutschland, die eben ja so wirtschaftspolitisch links sind, wahrscheinlich noch linker als die aktuelle Linkspartei, die aber gesellschaftspolitisch eher konservative Ansichten haben und diese Lücke würde eine Partei dann füllen. Also würde ich zumindest sagen. Also die dann solche gesellschaftlichen Themen, wo es ja durchaus konservative Mehrheiten gibt, die einfach, wie gesagt, beispielsweise durch Volksabstimmung abräumt, also dass man nicht eine Entscheidung von oben trifft, sondern dass man sagt, so was wollt ihr jetzt? Wollt ihr jetzt Selbstbestimmungsgesetz? Wollt ihr es nicht? Also das wäre ja eine ganz einfache Frage. Die könnte man ja den Menschen stellen und wenn sie es wollen, ist gut, wenn nicht, ist auch gut. Also das wäre eigentlich die richtige Position der linken Partei. Sowas soll halt das Volk basisdemokratisch entscheiden. Ja, sehe ich ähnlich. Die Menschen mitnehmen, die Leute beteiligen und auf jeden Fall für sozialen Ausgleich sorgen und die möglichst die Probleme lösen. Weil das ist ja auch was, von dem die aktuell profitiert ja nur eine Partei davon und das ist leider, leider ist es die AfD. Die AfD profitiert von den Problemen, von den sozialen Verwerfungen und von dem Vertrauensverlust in der Politik massiv. Die Linke profitiert nicht. Die Linke profitiert nicht. Weil sie, tja, weil sie sich, weil sie selber, da sind wir auch bei dem nächsten Punkt, für eine Partei ist das extrem wichtig, dass sie eben nicht zerstritten ist. Die Linke ist mega zerstritten. Die Linke... Ich glaube, ja, aber sie ist doch mit Grund zerstritten. Also das Problem ist ja nicht, dass sie zerstritten ist, sondern das Problem ist, dass sie vor allem nach Ende des Ukraine-Krieges sich also komplett von allem abgewandt hat, was sie bisher gefordert hat. Also bisher war die Linkspartei ja gegen Wirtschaftssanktionen. Jetzt plötzlich ist sie für Wirtschaftssanktionen, also nicht für alle. Da hat sie so total komische und inkonsistente Beschlüsse gefasst, anstatt einfach zu sagen, nein, wir lehnen diese Wirtschaftssanktionen ab. Wir wollen, dass das diplomatisch gelöst wird. Wir wollen nicht, dass hier Sanktionen erlassen werden, die der Mehrheit der Bevölkerung schaden. Aber nichts von alledem. Also stattdessen wurde noch gegen hochrangige Parteimitglieder wie beispielsweise Sarah Wagenknecht total geschossen. Und es wurden völlig unnötige Streits begonnen, weil sie einfach nur das gesagt hat, was mittlerweile unsere Außenministerin zugibt. Die Sanktionen wirken nicht dermaßen, wie wir gedacht haben. Sie schaden eher uns. Ja, ja, Werbocks Aussage war richtig lustig. Ja, diese Sanktionen, die würden da in Russland nicht wirken, weil solche Logiken von Demokratien in Autokratien nicht wirken würden. Solche Leute führen unser Außenministerium. Und da kann man sich wirklich nur in den Kopf fassen, wieso die Linkspartei sowas nicht mal aufgreift und mehr popularisiert und da mal richtig gegen schießt. Ja, und die AfD räumt leider ab. Die greift es halt auf. Ja, weil es in der Linkspartei eben Leute gibt, die unbedingt regieren wollen, die unbedingt zusammen mit Grünen und SPD regieren wollen. Und ja, dieser komplett falsche Kurs, also auf allen Punkten inhaltlich alles abzuräumen, was man die letzten zehn Jahre gefordert hat, der wird eben, ja, zum Verschwinden dieser Partei, zumindest in Westdeutschland, führen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Vielleicht wird sie sich natürlich, klar, also sie ist ja sehr stark verankert, auch in, auf kommunaler Ebene. Sie wird wahrscheinlich irgendwann einfach zu einer Kleinstpartei werden, das kann ich mir schon vorstellen, ne, ob sie ganz verschwinden wird, weiß ich nicht, aber, also, sie hat ja bei der letzten Bundestagswahl schon es nur knapp geschafft, weil es drei Direktmandate gab, ne, von hier Gesine Lötzsch, Gregor Gysi und, ähm, oh, ich vergesse seinen Namen immer, Sören Pellmann, glaube ich, auf jeden Fall, nur aufgrund der Tatsache haben sie es ja überhaupt geschafft, ne, und dann, und die Streitigkeiten mit dem Flügel Wagenknecht und vorher gab es ja auch schon, gibt es auch schon länger und das tut einer Partei auch nicht gut. Im Ende, am Ende ist es, glaube ich, auch gut, wenn jetzt irgendwann klar ist, äh, da gibt es eine Abspaltung. Es ist gut für die Linkspartei an sich, weil dann kann sie gerne ihren Kurs fahren in Richtung SPD und Grüne, sollen sie machen, ne, wird man sehen und es ist gut. Und deswegen, vielleicht verschwinden sie dann auch nicht, vielleicht bekommen wir dann eine zweite Grüne Partei. Könnte sein. Weiß jetzt nicht, ob das ein Fortschritt ist. Das weiß ich auch nicht, äh, äh, aber das sollen, das können die ja dann mit sich ausmachen und es ist gut für, das, äh, politische System, weil endlich diese große Repräsentationslücke geschlossen wird, wenn sich was Neues gründet. So. Und das ist der politische Wettbewerb. So. Und ich denke auch, ähm, also Sarah Wagenknecht hat ja selber auch gesagt, bis Ende des Jahres wird es eine Entscheidung geben. Und was ich so beobachte, alle Zeichen sind eigentlich, also ich bin mittlerweile bei 99 Prozent, dass das passiert. Ja, ich hoffe es. Und, ähm, vielleicht machen dann auch, äh, andere vernünftige Leute mit, die bisher keine Partei angehören. Du hast schon Ulrike Gero angesprochen, die im Europaparlament zu sehen, wäre bestimmt auch spannend. Vor allem, die Frau hat Ahnung. Ich habe ja, falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe ein Interview mit ihr geführt, die Frau hat einfach so viel Ahnung, die hat 20 Jahre oder länger nur Europa gemacht, äh, war da in Gremien mit drin, ähm, war auch teilweise für die CDU tätig, hat, äh, damit rumgewerkelt, die Frau hat einfach Ahnung von Europa, so. Da bin ich weit, weit von entfernt, so viel Ahnung zu haben, ne, und sie wäre, und ich, ich wage mich weit aus dem Fenster, aber ich glaube, sie wird definitiv die Spitzenkandidatin werden für diese, äh, neue Partei, beziehungsweise bei der Europawahl hast du ja nochmal, äh, was Besonderes. Es ist ja nicht so wie bei der Bundestagswahl. Wenn du zur Bundestagswahl antreten willst, brauchst du 16 Landesverbände, ne, du brauchst einen Bundesverband. Bei der Europawahl kannst du relativ einfach mit einer sogenannten sonstigen politischen Organisation antreten, ähm, du hast eine Gesamtliste für Deutschland, eine gemeinsame Liste für das ganze Bundesgebiet und du brauchst nur 4000 Unterstützungsunterschriften, ne, und wenn du, so wie du es vorhin gesagt hast, Europawahl mit einem guten Ergebnis einziehen und das den Schwung dann mitnehmen für die nächste Bundestagswahl. Das ist der Plan. Ich denke, ich, also alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen. So, es würde keinen Sinn machen. Ja, ja, und wir hatten ja gerade schon skizziert, dass wir auf jeden Fall eine, ja, linke Partei in Deutschland brauchen, da wir sowas nicht mehr haben. Wir haben in der Mitte die, ja, ich nenne es jetzt mal Altparteien, die relativ neoliberale Politik machen und auch nicht groß voneinander verschieden sind. Also, die Vorschläge eines Röttgen, beispielsweise, die waren zu Beginn des Ukraine-Krisis noch viel extremer als das, was wir gesehen haben. Der hat ein Gasembargo gleich sofort nach Ausbruch des Krieges gefordert. Okay. Also, dann hätten wir vielleicht wirklich eine Gasknappheit gehabt. Also, das war gut, dass die CDU da nicht regiert hat, zumindest solche Hardliner nicht regiert haben. Also, es geht tatsächlich noch schlimmer, als wir aktuell haben. Und, ja, da bräuchte es halt eine klare linke Alternative. Die Linkspartei ist das nicht mehr. Sie hat sich von dieser Rolle entfernt. Sie sagt auch mittlerweile nicht mehr klar Nein zur NATO. Also, das wäre ja eigentlich eine klare linke Position. Das war 1990 noch SPD-Position. Wir sollten aus der NATO austreten. Die NATO ist ein Delikt des Kalten Krieges. Die sollte abgewickelt werden und wir brauchen ein Sicherheitsbündnis in Europa unter Einbezug Russlands. Das wäre dann wieder eine gesamteuropäische Ebene. Europa als möglichst neutraler Pol mit einem vielleicht eigenen Friedensbündnis unter Einbeziehung mit Russland, weil die einfach geografisch auch viel, viel näher dran sind hier und zu versuchen, möglichst mit allen gute Beziehungen zu führen. Ob das jetzt zum afrikanischen Kontinent ist, zu China, zu Russland, zu Amerika, In Afrika, da machen wir ja gerade das Gegenteil. Also, wir zündeln ja gerade regelrecht. Die ECOWAS, vor allem der größte ECOWAS-Stadt Nigeria, bedroht ja gerade den Niger mit Krieg. Und anstatt dass Europa da sagt, nein, wir wollen das auf keinen Fall, feuern wir ihn noch an und verhängen wahrscheinlich bald auch noch selbst Wirtschaftssanktionen gegen Niger. Also, die ECOWAS hat schon einen Wirtschaftskrieg gegen Niger gestartet. Also, Sanktionen, die dafür gesorgt haben, dass jetzt schon die Nahrungsmittelpreise deutlich ansteigen und sie lässt ihre Truppen an der Grenze aufmarschieren. Also, es ist wirklich brandgefährlich, was da gerade passiert und wir Europäer, wir kippen munter Öl ins Feuer und unterstützen alles, was die ECOWAS da macht. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, und Frankreich, das ist wirklich ein Skandal, der auch aus Deutschland überhaupt nicht kritisiert wird. Also, so viel zur wertebasierten Außenpolitik. Frankreich weigert sich, seine Truppen aus dem Niger abzuziehen, obwohl die nigrische Regierung das verfügt hat. Also, das muss man sich mal vorstellen, es handelt sich bei den französischen Truppen um illegale Besatzungstruppen auf dem Staatsgebiet des Niger. Das ist eine bewaffnete Aggression von Frankreich gegen den Niger, der gegen die Souveränität dieser Nation verstößt. Also, wenn man das Völkerrecht auch nur halbwegs ernst nähme, dann müsste man Frankreich zumindest mal auffordern, seine Truppen endlich da abzuziehen. Nichts, aus Berlin kommt nichts. Völlige Unterstützung der ECOWAS, völlige Unterstützung von Frankreich und weitere Sanktionsdrohungen gegen den Niger. Also, wenn da eine riesige Flüchtlingswelle losbricht, dann fliehen die natürlich in die Nachbarländer, wo kein Krieg herrscht. Also, erst mal nach Algerien und dann nach Europa. Also, über Algerien kommt ja gleich das Mittelmeer und dann haben wir eventuell hier hunderttausende, wenn nicht Millionen neuer Flüchtlinge, wenn es zu diesem Flächenbrand tatsächlich kommt und es wird nichts getan, um das zu verhindern. Also, es ist ganz im Gegenteil. Ja, das ist ja auch seit 2015, hat ja die EU schon quasi immer wieder gesagt, dass wir brauchen da eine Lösung, eine Lösung, eine Lösung, aber es passiert irgendwie gefühlt, gefühlt nichts. Wie gesagt, gerade geht es gerade nicht um die Lösung für Flüchtlinge, die schon da sind, sondern um eine neue Flüchtlingswelle, die roter ist, da zu einem Krieg kommt. Also, eine ganze Region roter verfüßt zu werden und ja, wie gesagt, wir feuern das, was die Ecovaster gerade macht, an. Wir setzen nicht auf Diplomatie und andere Länder, also Nachbarländer wie Algerien, die sagen ganz klar, nee, wir sind für eine diplomatische Lösung, wir wollen hier vor unserer Haustür keinen großen Krieg haben. Aber aktuell macht die EU genau das Gegenteil. Also Frankreich hat sogar laut Aussagen von Algerien, bei Algerien angefragt, ob es einen Überflugplatz für eigene Flugzeuge nach Niger haben kann. Also Frankreich hat das natürlich demittiert, als das dann rausgekommen ist, aber es ist wirklich, ja, brandgefährlich, was hier gerade passiert und von europäischer Seite wird immer, wird diese Situation immer weiter eskaliert. Ich habe es, wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, das Thema. Aber es ist auch, ich sage dir echt, es ist auch, es passieren so viele verrückte Sachen und man, ich, und das werfe ich auch dem normalen Menschen nicht vor, du musst einfach, man kann sich überhaupt nicht mit allem beschäftigen, so, und man muss irgendwann auch mal Abstand bekommen von den ganzen Geschichten. Das merke ich auch, weil irgendwann ist es auch einfach zu viel für den Kopf, so. Ja, aber in Westafrika, das ist ja schon seit Jahrzehnten das Problem, dass diese Länder künstlich arm gehalten werden durch den CFA-Front. Das ist eine von Frankreich aufoktroyierte Währung, also eine postkoloniale Währung, die zuerst an den französischen Front und jetzt an den Euro gekoppelt ist. Und die ist systematisch überbewertet. Der Niger, der hat seit 1997 durchgängig Leistungsbilanzdefizite. Das heißt, er verschuldet sich immer weiter gegenüber dem Ausland. Er ist von Institutionen wie der Weltbank oder der Afrikanischen Entwicklungsbank abhängig. Und wenn jetzt eben die Weltbank ihre Hilfe stoppt, wie das aktuell passiert ist, also da sieht man jetzt auch mal, wie politisch neutral die Weltbank ist, dann wird es für dieses Land ganz schnell ganz, ganz brenzlig. Und das ist eine Abhängigkeit, die systematisch vor allem von Frankreich erzeugt wurde, weil es seine ehemaligen Kolonien halt unter seiner Knute halten wollte. Und dann gibt es von deutscher Seite, von europäischer Seite nichts dagegen, nicht mal leise Kritik. War das mal Thema im EU-Parlament oder gar nicht so richtig? Ich habe es, wie gesagt, ich habe es nur null mitgegeben. Ja, das war bestimmt mal Thema. Aber wird auch nicht breit diskutiert. Wie gesagt, da musst du dir extra Zeitungsartikel dazu raussuchen, musst du extra freien Medien mal gucken, was die dazu geschrieben haben. Aber anstatt, dass das mal breit diskutiert wird, was da gerade passiert, nichts ist. Keine grundlegende Frage ist diese Armut Westafrikas, die ist wesentlich mit erzeugt, nicht unbedingt von dem, was in der Kolonialzeit passiert ist, sondern von dem, was nach der Kolonialzeit passiert ist. Ja, und da sind wir... Vom CFA, von Militärputschen, die auch vom Westen häufig unterstützt wurden. Ja, es ist traurig, was in dieser Weltregion passiert und es ist, ja, wirklich gefährlich, in welche Richtung sich das gerade bewegt. Und da sind wir ja wieder bei so grundsätzlichen Fragen eigentlich. Wo wir ja natürlich, wo ich auch an meine Grenzen gestoße, weil ich viele Sachen auch einfach nicht weiß, aber wo ich merke, die Dinge hängen halt miteinander zusammen und wir brauchen eine ganz grundsätzlich andere Art Politik zu denken vielleicht oder Menschen, die dann halt wirklich systemisch sich solche Fragen stellen. Weil sonst, also, wenn man immer nur an den Symptomen herumdoktert, wird es nie eine Lösung geben, sondern es wird dann immer nur zu Konflikten führen und im schlimmsten Fall müssen dann wieder 100 Millionen oder wie viele auch immer flüchten. Das hat man ja in Syrien mitgekriegt, dass alle Großmächte aus der gesamten Region, selbst als dieser, anfänglich hat man ja gedacht, das syrische Regime stürzt schnell und wird ein kurzer Bürgerkrieg und dann, als sich der immer mehr in die Länge gezogen hat, haben alle Länder, Türkei, Saudi-Arabien, die europäischen Länder, die Vereinigten Staaten, immer mehr Öl ins Feuer gegossen, dort weiter Gruppen bewaffnet und im Falle der Europäischen Union ganz gefährlich Wirtschaftssanktionen gegen Syrien erlassen, die dort einen Wiederaufbau verhindern. Also die Europäische Union verhindert immer noch aktiv einen Wiederaufbau in Syrien. Wenn man angeblich was gegen Fluchtursachen tun will, wieso macht man sowas? Also in Afghanistan genau das Gleiche, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Man hat Finanzsanktionen gegen Afghanistan erlassen, die Devisenreserven geklaut und jetzt erwartet man, dass da irgendwie Flüchtlinge zurückkehren. Das wird niemand machen. Warum sollte ein Land zurückkehren, in dem eine Ruhrasnot herrscht? Ja, klar. Es gibt ja auch Gründe dafür. Viele Menschen flüchten da alleine, weil es halt eine große Perspektivlosigkeit gibt. Ja, was heißt perspektivlosigkeit? Es geht ja gerade darum, dass absichtlich dieser Zustand erzeugt beziehungsweise verschärft wird. Es geht ja nicht mal darum, dass irgendwie abstrakt Perspektivlosigkeit herrscht und die Länder sich nicht entwickeln. Es geht darum, dass sie aktiv am Boden gehalten werden vom Westen. Und das ist ziemlich krass. Und das scheint man jetzt mit dem Niger auch machen zu wollen, wenn es dort nicht zu einem heißen Krieg kommt, ihn wirtschaftlich zu ruinieren. Ja, schreiben wir mal unserer Außenministerin eine schöne E-Mail, oder? Ich weiß es nicht. Ja, das sind so Sachen. Ich meine, wir haben ja, also, weißt du, ich will irgendwann an dem Punkt sein, wo man auch wirklich zumindest versucht, irgendwas zu ändern. Weil du sagst es ja zu Recht, oder ich merke, dass du viele Themen ansprichst, wo ich merke, okay, krass, da gibt es ja auch sehr, sehr große Probleme. Und von diesen Problemen gibt es so unendlich viele. Und ich frage mich halt, ey, wie kommen wir überhaupt dahin, dass man irgendwann überhaupt was ändern kann? Und da ist im Moment in Deutschland auch nur die einzigste Chance, hoffentlich eine neue, vernünftige Partei mit zu gründen. so, ne, weil ich will zum Beispiel auch nicht, keine Ahnung, dass wir, also es war irgendwie wie beim Fußball. Es gibt genug Leute, die meckern, ne, wir meckern ja auch gerade so ein bisschen, ne, und sprechen Probleme an. Aber ich möchte irgendwann auch da hinkommen und sagen, jo, jetzt können wir zumindest versuchen, was dran zu verändern. Auch wenn es mega komplex ist. Es ist mega komplex und wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwierig. So, weißt du? Ja, ja. Ich würde sagen, in diesen eher melancholischen Worten schließen wir das Gespräch jetzt. Wenn wir gerne machen. Alles gut. Sehen wir uns vielleicht nochmal. Schaut gerne auf seinem Kanal vorbei. Bye, bye. Ciao, ciao.